Was geht ab Leute, Say ist wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 935 mit dem schönen Titel Queen. Wie immer werden sie euch präsentiert vom Pirate Board. Das Cover zeigt Smoker, dessen Zigarren von einer Armee aus Mäusen gelöscht wird. Ruffy hat den Skorpionswächter mit in 6 Beinen umgekickt und den alten Opa Hiyo gerettet. Einige Wächter regen sich auf und schreien, dass Ruffy getötet werden soll. Im weiteren Verlauf des Arcs bzw. im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir noch ein Bild von Hiyogoro, wie er früher mal aussah. Er war kein kleiner zerbrechlicher Opa, sondern ein, ja er hat ungefähr die Statur von Shutenmaro gehabt und hatte auch so ein Schwert und seine Haare sahen mehr so flammenmäßig aus. Also hatte er wohl früher doch ein bisschen was drauf muss man sagen. Es gibt auch noch einen weiteren Skorpionswächter. Hier handelt es sich um eine hübsche Frau mit 6 Händen und 4 Schwerter und einer Brille. Aber jetzt die Frage ist, ob das da halt wirklich eine Skorpionsfrucht ist oder halt irgendein anderes Insekt. Das ist jetzt mal noch nicht so klar. Ruffy legt sich gleich noch mit dem Gefängnisdirektor an. Dieser hat einen Elefantensmile und trifft Ruffy mit einer Bombe. Diese Bombe setzt Ruffy ziemlich heftig zu und der meckert daraufhin, dass ich einfach kein Haki benutzen kann. Jetzt ist hier für mich die Frage einfach. Wieso sagt Ruffy, er könne ja kein Haki benutzen? Ich meine, er hat doch nur Seestein Handschellen, aber Seestein betrifft ja Haki nicht. Oder? Schauen wir mal, ob wir in jedem Kapitel was Neues überfahren oder ob das einfach sich hierbei um Übersetzungsfehler seitens Manga Helpers handelt. Denn nicht alle Teile, die ich euch jetzt vorlesen werde, stammen aus dem Pirate Bot direkt. Manga Helpers.com hat noch ein paar mehr Sachen übersetzt, bezugweise im Grunde schon das komplette Kapitel übersetzt auf einmal. Was auch cool ist bei der Elefantensmile-User und zwar schießt der Bomben aus dem Rüssel des Elefantens, was bei ihm hier am Bauch ist. Also er hat hier am Bauch einen kompletten Elefantenkopf und der schießt mit seinem Rüssel einfach mal eine Bombe. Und wir kriegen das Kopfgeld von Queen und zwar 1,32 Milliarden Berry. Wow. Zudem hat Queen recht lustige Augen und führt mit seinen Untertanen einen lustigen Tanz auf. Er bekommt Applaus von seinen Untertanen und den Gefängniswärtern. Lustige Augen. Damit ist einfach nur angedeutet, dass wir eine Szene in dem Kapitel bekommen, wo Queen etwas schockiert guckt und zwar mit diesem typischen Anime schockiert Blick. Augen poppen hervor und die Zunge wird einfach spitzen rausgestreckt. Es gibt noch eine weitere Szene mit Shinobu, Nami und Robin in einem Badehaus, wo ein Oktopus ihnen hilft. Den Oktopus habe ich jetzt in den Spoilerbilder noch gar nicht gesehen, aber interessant ist es, Manga Helpers hat es übersetzt und zwar ist es wohl ein Bad, wo sowohl Männer als auch Frauen gleichzeitig rein dürfen, als in das selbe Wasser. Wow. Und komischerweise ist sowohl Law als auch Franky als auch Lüster bei Tonoyasu im Haus, aber Sanji ist plötzlich weg. Wo der wohl steckt? Der kleine Lüstling, ha? Mit seinem Raidsuit. Jetzt wo er unsichtbar sein kann. Raizu erscheint wieder im Gefängnis, um Ruffy zu retten. Am Ende des Kapitels kommt er dabei bei der dunklen Zelle vorbei mit dem mysteriösen Gefangenen. Dieser fragt, ob es Momonosuke gut geht. Es handelt sich um einen der neun roten Schwerter und zwar Kawamatsu. Man sieht aber wieder mal nur seine Augen. Also ist es jetzt wohl endlich bestätigt und zwar der mysteriöse Gefangene ist eben nicht Magellan oder sowas, sondern Kawamatsu, ein ehemaliges Mitglied der neun roten Schwerter, beziehungsweise immer noch ein Mitglied der neun roten Schwerter und ehemaliger Freund von Kinemon. Wow. Interessantes Kapitel auf jeden Fall. Das wird bestimmt ziemlich lustig. Ich hoffe, auf jeden Fall diese Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, Daumen nach oben. Klick auf den Abo-Button, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr schon dabei seid, ich habe auch eine Facebook Page. Insane Network nennt sich diese. Schaut vorbei, liked, subscribed. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein und viel Spaß und Cheers.